Willkommen an der Burgruine Adeck in der Nähe von Limburg an der Lahn. Also was ich von hier aus sehe, sieht schon sehr vielversprechend aus. Ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns das Ding jetzt mal zusammen an hier. Mein erster Eindruck wirklich sehr nice. Gehen wir mal rein. Ja, das ist doch mal nicht schlecht. Hallo. Da oben gibt es noch eine Leiter, die hochführt. Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Ich muss sagen, den Turm finde ich richtig cool und irgendwie kommt man da bestimmt auch hinauf. So, jetzt werde ich noch einmal hier ein bisschen außenrum laufen. Schauen, was es hier noch so zu entdecken gibt. Ja, also das ist wirklich schon eine geile Burgruine, das hier. Bin auch das erste Mal hier. Die kannte ich vorher noch nicht. Da vorne sitzen übrigens Jugendliche, deswegen kann ich jetzt hier nicht so offen filmen. Aber das hier ist ja schon mal geil. Hier gibt es sogar eine Bank mit schöner Aussicht ins Tal. Wunderbar. Und hier dann nochmal der Turm. Richtig geil. Da hinten kann man hier auch einmal komplett um die Burg rumlaufen. Hier kann man hier vorne noch ein Schloss zu sein. Ja, hier kann man auch noch nebenbei die wunderbare Aussicht genießen. Ich muss sagen, eine der coolsten Burgruine, die ich bis jetzt besucht habe. Ja, vor allen Dingen der Turm hat mir sehr gut gefallen. Wenn ihr was über die Geschichte dieser schönen Burgruine erfahren wollt, dann schaut auf die Informationstafel. Die habe ich ganz am Anfang des Films eingeblendet. Danke, dass ihr mal wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Danke. 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 Danke.